so weiter geht's mit dem quantifikation zum großen preis von aserbaidschan wir kommen zum qualifier in aserbaidschan teams machen gerade ihre letzten einstellungen er die ampel auf grün geht und die fahrer um die pole position kämpfen werden diese strecke mit ihren vielen langsamen kurvenausgängen war schon immer eine starke belastung für die hinterreifen hier zählen sowohl die eigenschaften des fahrzeugs als auch der fast deal es gibt eine reihe von langsamen kurvenausfahrten bei denen die hinterreifen jede menge energie übertragen die fahrer müssen geschickt mit dem gas spielen damit die reifen nicht zu sehr durchdrehen sonst besteht rutsch und überhitzungsgefahr und die reifen können stark verschleißen ja so wir sitzen im auto können gleich loslegen ja ich sag mal raus ne fahren wir mal raus so auf geht's so auf geht's so auf geht's so auf geht's ich soll den einfach mal da vorne ziehen also ich würde das ding aus dem ergebnis aus dem dritten qualifier gerne kopieren äh dritten training kopieren das 1 und 2 wäre natürlich das genau das was ich mir wünschen würde aber formel 1 ist kein wunschkonzert wir müssen es ja arbeiten heute noch nur dass ihr schon bescheid wisst wahrscheinlich heute haben kein formel 1 kein pokémon v1 weiß man noch nicht oder ja die formel 2 sagen wir es mal so kein live stream man weiß es halt noch nicht schon jetzt weiß ich doch keiner weiß ich noch nicht wie ich es mit den plätzen aus die damen bekomme aber da werde ich jetzt gleich nachdenken jetzt konzentrieren wir uns jetzt auf das qualifikations training hier und wollen hier natürlich die nächste pole in der saison und die zweite glaube ich wäre das nach china jetzt auch ein wakku aber da haben 19 andere noch was dagegen nach vielleicht schon groß genug ist sondern soll das funktionieren oder vielleicht noch der geraden den windschatten hier mitnehmen von dem alpha da vorne da habe ich dort rausgekommen 1 42 4 die erste zeit die uns zu knacken gilt 1 43 eine sekunde schneller quatsch 1 43 39 4 ist die beste zeit die erste ansage dann war das mal anders so Getriebe und Boxstab-Assistenten aus. Gehen in den Boxstab-Assistenten aus. Äh, warte mal. Um ein bisschen Realismus reinzubringen und eventuelle Zeit schlafen. Man kann nicht mit rein die Box rasen und dann Punktgenau 60 runterbremsen. Das ist nicht wirklich. Also schauen wir mal den ersten Versuch gewonnen. Die Konkurrenz dahinter, die bleibt auch da, wo sie gehört. Wir haben mich ab Platz 2. Ich hole dich mal den Motor mal ein bisschen. So. mit auf 80, 80 ist hier das Limit so und ich melde mich gleich zurück in den zweiten Teil so 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 far our fastest lap is a 1 minute 39.4 we're fifth in the speed trap 326.1 km per hour so 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 you're doing a great job we're much higher up the field than we expected to be so 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 we're seventh in the speed trap 326.1 km per hour 326.1 km per hour 326.1 km per hour there's a few cars out on track there's a few cars out on track perhaps we should get out there before it gets busy so we're so 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 we so like we all so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt in vier Minuten Dann fangen wir auch mal raus, komm Nur mal für so Sätze Drei Minuten 20 noch Und dann fangen wir auch mal raus, komm 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 So, auf geht's für zweiter Versuch. Ja gut, der uninteressante Regen, zwar 10 bis 15 Minuten Regen, aber wir sind in einer Minute 20 ungefähr durch mit dem Training, da mit dem Qualifying. Ich versuche jetzt hier noch ein bisschen den Windshot mitzunehmen, vielleicht dann auf der Geraden, wenn wir da mal ein bisschen was holen. Und warum gehst du jetzt ausgerichtet vom Gas, wenn es hier in die Passage geht? Dankeschön. Ah, geht's. Gott sei Dank hat's gar nicht viel Zeit gekostet. 30 Sekunden left in Session. Ja. 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 Es wird nochmal eine Bestzeit werden. Zweite Pole hintereinander. jetzt alle bereit für das morgige Rennen vor es losgeht zu der Startaufstellung mit dem Ende des Qualifiz unsere Startaufstellung komplett für das große Rennen seien sie morgen unbedingt mit dabei es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event genau so ist es also Teamkolleg auf 8 das wird natürlich fehlen wir jetzt eine schwierige Aufgabe und für uns wird es Team auch aber wir haben einen guten Vorsprung was das betrifft jetzt machen wir eigentlich beide Titel in die Saison naja gut ja da wird es schaffen sehen wir dann morgen dann können wir jetzt